Hallo und herzlich willkommen zu meinem Season 13 Settings Rundown. Ich wurde einfach oft gefragt, welche Settings wichtig sind und welche verwendet werden. Und da gibt es ein paar Sachen, auf die man achten kann, die wichtig sind. Und ein paar, die nicht so wichtig sind, die präferenzbasiert sind. Und ja, ich würde sagen, stürzen wir uns direkt rein mit dem Basic Stuff. Also einfach die normalen Bindings der Spells. Ich empfehle überall QuickHast zu benutzen. Das ist einfach am angenehmsten für fast alle Champions. Es gibt da Ausnahmen. Angenommen, ihr seid ein Bartmain und ihr kriegt das Portal noch nicht so gut hinüberwendet. Dann ist vielleicht das besser, mit E zu kasten. Oder es gibt auch einige Victor-Spieler, die sowohl halt Victor und Rumble, diese linienförmigen Skillshots quasi, lieber selbst legen wollen. Und dementsprechend E und E nicht gesmartcastet werden. Das ist nachher aus Präferenzbasiert. Aber alles andere sollte man sich, denke ich, angewöhnen. Es gibt einfach eine Menge, Menge Zeit. Trinket ist sonst auf T, aber ich habe es halt auf 4, weil die Awards früher auf 4 waren bei mir. Und ich habe es nicht ändern wollen, als Trinket rauskam. Von daher recht Standard. Ein Replace QuickCast mit Indikator. Das kann man auch machen, wenn man einfach einen Champion lernen möchte und noch quasi QuickCast hat und die Reichweiten kennenlernen möchte, des Spells des neuen Champions. Problem dabei ist, es ist halt langsamer. Du musst quasi den Key loslassen, anstatt ihn runterzudrücken, damit der Spell ausgelöst wird, was nicht so geil ist. Und natürlich auch, wenn ihr SmartCast lernen wollt, oder für Victor oder für wen auch immer, für diesen QuickCast-Indikator, ihr könnt immer diese Setting nehmen, QuickCast mit Indikator und dem quasi entgegenwirken. Und dann... Ah, das hören wir gleich. Ähm, nee, dazu kommen wir jetzt. Das bietet sich ja eigentlich an. Genau, also wenn ihr SmartCast nicht mögt und die Reichweiten noch lernen wollen oder so, dann könnt ihr auf so einem Chapel wie Gangplank zum Beispiel angenommen, ihr steht in einem Busch drin und ihr wollt euer E platzieren hinten irgendwo und ihr läuft aus dem Busch raus und ihr unterschätzt die Reichweite. Könnt ihr einfach mit ShiftCast und mit welchen Bein auch immer ihr wollt, quasi das Barrel vorbereiten. Gerade wenn ihr eins schon im Busch habt, dann könnt ihr sehen, ey, bis wohin genau geht die Reichweite. Wie kann ich das perfekte Barrel aufstellen, dass es gerade so passt. Und da kann so ein Indikator ganz nice sein. Nicht mit SmartCast, eigentlich einfach auch möglich, aber durchaus härter, wenn du nicht dran gewöhnt bist und das quasi üben möchtest. Auch für viele andere Champions relevant, sei es, dass ihr einen guten Weiger-Cage platzieren wollt oder jeden anderen Skill, schaut aus dem Busch heraus, über die Wand hinweg oder was auch immer. Sehr, sehr nützlich. Macht das nicht unbedingt auf Shift. Ich glaube, Shift ist Level Up normalerweise. Aber ich hab's darauf geballt und für mich ist es sehr angenehm. Ich spiele immer seit Jahren und ist auf vielen Champions nützlich. Gangkling ist da das Top-Name-Beispiel für. Selfcast, auch natürlich sehr wichtig. Auf Champions wie zum Beispiel Nidalee oder auch Kale, wo ihr einfach dann sofort Alt-E drücken wollt oder Alt-Ult oder was auch immer. Alt-W, die alte Kale. Damit ihr sofort euren Selfcast quasi betreten könnt, dann könnt ihr nicht daneben klicken. Angenommen, ihr seid in einem fetten Teamfight und auf einmal müsst ihr mit eurer Maus ewig euren eigenen Champions suchen und das kommt dann nicht dazu. Dann ist Alt-Cast deutlich besser. Eure Maus kann gut positioniert bleiben, auf den Gegner drauf. Ihr könnt die Kameraführung weitermachen. Es ist einfach ein wichtiger, wichtiger Bind, E-Bind, den du halt machen solltest, den man anwenden sollte, damit man erst benutzen kann. Quick-Selfcast, habt ihr schon damit geskippt, wenn ihr das alles gemacht habt? Ne, habt ihr die Quick-Cast schon drin, das ist also kein Problem. Und Quick-Cast mit Indikator plus Selfcast, gleiches Problem, gleiches Ding. Level-Up auf Control, bei mir ist es der Maus-Button, je nachdem, was euch da passt. Natürlich sehr, sehr wichtig. Wenn ihr mit der Maus geht, seid ihr reported. Das hat, glaube ich, wirklich viele Jahre gemacht und hat dann sich das auch wieder abgewöhnt. Dauert einfach länger, wenn ihr gerade eine Minion lastet mit irgendeinem AOES-Effekt, so Ohrenweh. Und ihr werdet dadurch Level 6, wollt sofort die Ulls gehen können. Ihr wollt nicht wertvolle Sekunden verlieren, wo ihr erst draufdrücken müsst und dann die Maus neu positionieren müsst. Dabei sind Key-Binds da, damit die Maus woanders bleiben kann und ihr über andere Tasten die wichtigen Sachen eingeben dürft. Und ja, dementsprechend könnt ihr beinnen, worauf ihr wollt. Ihr müsst das haben. Bitte levelt nicht mit der Maus. Wirklich, wirklich kacke. Target-Champ is only. Eines der wichtigsten Bindings, wenn nicht das wichtigste Binding, das ihr in diesem Run-On haben werdet, weil es eine der wichtigsten Funktionen ist, die es euch erlaubt, nicht zu missklicken. Ich habe es auf 7 gebeindet, was bei mir einfach auch ein Maus-Button ist. Also es ist zwar 7, aber es ist an meiner Maus. Und was das macht, ist einen der wichtigsten Effekte in Leak. Und zwar, wenn ihr einen Turm anklicken könnt, hier zum Beispiel. Ihr seht, das ist für zum Schwert, meine Maus. Wenn ich jetzt Target-Champ is only anmache, kriege ich so ein Rot in die Karte an der Mitte meiner Maus und der Turm ist nicht länger anklickbar. Das heißt, wenn sich jetzt hier irgendwer hinter dem Turm versteckt, dann muss ich nicht irgendwie zur Seite gehen und den Winkel verändern und ich muss nicht ranzoomen. Ich kann einfach raufklicken auf den Champion. Also ich kann nicht aussehen den Turm autotattacken. Es ist nicht möglich, den Turm gerade zu autotattacken oder Minions oder was auch immer, denn es können ausschließlich Champions ausgewählt werden. Target-Champions only. Der Hinsicht auf jeden Fall selbst erklärt und sehr wichtiger Bind, der angewendet werden muss, gerade mit den Dives gut spielt. Und ein weiteres wichtiges Setting, das ist auch präferenzbasiert, aber das können wir mal vorweg nehmen, denn es kommt erst bei Game. Ihr könnt Target-Champions only als einen Toggle anwenden lassen. Also das kennt ihr vielleicht aus einigen Shootern, wo ihr entweder Rechtsklick quasi gedrückt halten müsst, damit euer Fadenkreuz quasi ranzoomt oder einfach nur einmal drücken. Was euch da lieber ist, kann es euch überlassen. Entweder ihr drückt halt einmal oder ihr hattet es die ganze Zeit gedrückt. Angenommen, ihr seid ein Reha-Spieler und ihr wollt jemanden diven, aber ihr müsst dann auch schnell den Button wieder loswerden, damit ihr auf eine Minion rausdashen könnt, ist vielleicht der Toggle nichts für euch. Wenn ihr das nicht so viel spielt und was auch immer, dann ist es vielleicht was für euch, das Ganze euch überlassen. Aber es ist ein sehr wichtiges Setting, das hier zusammenspielt mit den Keybinds. Das ist wirklich, wirklich wichtig. Items. Honestly, es ist wirklich selbsterklärend. Ihr könnt euch auch das Ganze mit Indikator casten lassen. Mir fällt nicht ein einziges Item ein, wo das wichtig wäre. Vielleicht gibt es irgendeine Anwendung von Everfrost, wo das vielleicht interessant wäre. Aber das ist ganz euch überlassen, ob ihr da auch Shift-Cast machen wollt mit Indikator, wie bei den Gangplank-Barrels oder Weiger-Cages etc. Ansonsten das Ganze Smart-Casten, genauso wie die Spells und dann habt ihr eigentlich damit alles abgedeckt. Self-Cast. Also ich glaube, ich weiß, tatsächlich will ich jetzt nicht lügen, aber ich glaube, selbst Redemption, wenn du Self-Casten würdest, würde nicht zentriert auf dir draufkasten. Also welches Item willst du denn Self-Casten? Auf jeden Fall, diese Settings könnt ihr benutzen, wenn ihr da irgendwelchen Nutzen drin seht. Ich sehe persönlich keinen drin, irgendwas zu binden. Aber vielleicht gibt es eine Anwendung von Everfrost mit Indikator aus ähnlichen Gründen wie Gangplank-Barrels. Player-Movement, auch sehr, sehr wichtig, drüber zu reden. Denn hier gibt es einige sehr interessante Settings drin. Player-Move-Klick, natürlich einer der Standard-Settings, einfach ihr drückt halt Rechtsklick und lauft irgendwo hin. Ganz normal. Player-Attack-Move-Klick ist hier 9, ist bei mir auch auf der Maus, das quasi bedrug ich mit dem Zeigefinger. Die 7-Tage-Champions-Only habe ich mit dem Daumen gedrückt. Und das ist super wichtig, denn da könnt ihr quasi direkt Leute Auto-Attacken. Und wenn ihr in den Busch reinlauft und da ist ein Gegner drin, findet ihr keine wertvolle Sekunde damit, diesen Gegner erst anzuklicken, sondern euer Champion greift automatisch an, ihr müsst nichts mehr machen. Soweit Vision da ist mit Auto-Attacken. Sehr wichtiges Setting, damit ihr halt wirklich keine Sekunde verpasst. An DPS-Zeit, damit ihr auch nicht ein Ward überseht, wenn ihr durch den Busch durchläuft und so weiter und so fort. Und auch mit diesem Setting ist ganz wichtig was verbunden, nämlich hier Attack-Move-On-Cursor. Ein sehr, wirklich sehr, sehr wichtiges Setting. Und was das bedeutet, was das macht, ist, wenn ich jetzt hier Attack-Move benutze, dann greift Gangplank den nächsten Damian, auch wenn ich hinten hin klicke. Ich klicke hier hinten hin, wo der andere Damian näher wäre, aber Gangplank greift den nächsten Damian. Das heißt, dieser Attack-Move geht jetzt von Gangplank aus. Wenn ihr das anmacht, dann passiert das, was da steht. Attack-Move-On-Cursor. Jetzt geht der Attack-Move nicht mehr von Gangplank aus, sondern vom Cursor. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal da hin klicke, greift den Damian an, der nicht näher an Gangplank dran ist, sondern näher an meinem Klick. Und je nachdem, was ihr spielt, wenn ihr in Eddie-Carry seid und sagt, ey, ich will kiten und einfach permanent nach hinten klicken, dann könnt ihr theoretisch die ganze Zeit einfach laufen und dabei, also die beiden Klicks halt anwenden, sowohl, ähm, sowohl, ähm, Player-Move-Klick als auch Player-Attack-Move-Klick, dann könnt ihr quasi laufen und permanent den richtigen Champion hinten, weil der am nächsten dran ist. Aber wenn ihr es nicht mögt, dann ist vielleicht ein Attack-Move-Cursor besser für euch, je nachdem. Aber wirklich eine sehr wichtige Unterscheidung, die man berücksichtigen sollte, wenn man genau weiß, was man da tut mit den einzelnen Commands, denn je nach Champion, je nach Playstyle kann das wirklich variieren. Ist auch da euch überlassen, aber ist wichtig zu wissen in Kombination mit diesem Attack-Move und, äh, ja, sollte nicht außer Acht gelassen werden. Ähm, ähm, ansonsten noch weitere wichtige Settings bei Player-Movement ist auf jeden Fall aus meiner Sicht Player-Attack-Move. Ich mag das extrem. Ich glaste damit sehr, sehr gerne. Ich benutze das permanent, wenn ihr meine Videos geguckt habt oder Streams, werdet ihr es auch permanent gesehen haben, ist gerade auf Champions relevant und nice, die ansteigende Reichweite haben. Sei es eine Na, Tristana, meinetwegen selbst Chen, der mit der Q große Reichweite gewinnt, ein Wukong, eine Riven aus ähnlichen Gründen. Da ist es quasi gedrückt A, dann kriegt ihr eure eigene Reichweite angezeigt und dann könnt ihr Auto-Attacken. Und das ist dann im Endeffekt, der Klick selbst ist dann noch ein weiterer Links-Klick und das ist einfach ein Tag-Move, als würdet ihr quasi mit dem anderen Binding hitten, was bei mir 9 ist. Ist bei mir einfach dann A und Links-Klick. Ist quasi für Auto-Tags mit Indikator, das gleiche wie bei Spells mit Indikator. Kann extrem helfen, kann wirklich, wirklich sehr, sehr gut darin sein, weil ein Champion ansteigende Reichweite hat und euch generell ein besseres Gefühl dafür geben, wie ihr Lasten wollt. Ich mag dieses Setting sehr, benutze es auch dementsprechend so häufig. Player-Hold-Position finde ich absolut nutzlos, ihr müsst ein bisschen aufpassen. Aktuell ist, glaube ich, zumindest war es bei mir so, dass Player-Hold-Position hatte das gleiche Binding wie Wards. Also das neue Ward-Wheel, dieses Enemy-Hat-Vision-Ping-Wheel. Und deswegen war es bei mir die ganze Zone so, dass wenn ich zur Lane gelaufen bin und das Ganze war noch auf H-Gebindet, ist mein Champion stehen geblieben. Weil halt H-Gebindet war auf Wards und darauf. Das heißt, ich wollte irgendwo pingen, dass irgendwo gewardet ist, während ich zur Lane laufe und sofort wurde mein Command, mein Movement gecancelt. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile weg ist. Gerade hat es zum Beispiel nicht funktioniert, was gut ist. Aber es war für mich für eine Weile ein Problem. Guckt da gerne mal rauf, was bei euch ähnlich ist und wie ihr das Ping-Wheel quasi bekommt. Das war für mich auf jeden Fall, zumindest als es rauskam, lästig. Jo, ansonsten Movepad-Klick, das ist auch viel euch überlassen. Ich mag das wirklich am liebsten mit Alt, wenn ihr Annie spielt oder Shaco, LeBlanc-Klon. Mit Llorik-Mailton geht es leider nicht natürlich. Auch wenn Maxim diesen Fehler gemacht hat. Aber ja, da könnt ihr machen, was ihr möchtet. Alt ist für mich das, was am besten funktioniert hat, weil es Standard-Binding war. Quasi ihr drückt Alt und dann steuert ihr damit euren Tibbers oder euren Klon. Je nachdem. Player-Stop-Position noch sehr wichtig. Natürlich, ihr könnt quasi damit automatisch stehenbleiben. Wenn ihr S drückt, ihr lauft nach vorne und euer Champion bleibt stehen. Das kann extrem helfen, wenn es darum geht, Auto-Tag zu dodgen. Oder nicht, sorry, Skillshot zu dodgen natürlich. Und den Gegner quasi zu verwirren mit eurem Movement. Sehr, sehr, sehr wichtig. Kann sehr, sehr helfen damit, Leute zu verwirren. Noch generell schwerer machen, euch zu predikten, weil ihr einfach Instant anhaltet. Und auch da ist wieder ein großer Vorteil dieses Key-Bindings. Ihr müsst halt nicht mit der Maus nach hinten gehen, um anzuhalten oder direkt vor euch klicken, sondern ihr könnt einfach stehenbleiben. Also ihr müsst halt eure Maus nicht bewegen. Und wenn ihr eure Maus auf dem Gegner haben könnt oder die Kamera damit bewegen könnt, was auch immer, ist immer quasi optimal, damit ihr die meisten möglichen Zeiten habt, wo ihr Informationen bekommt mit der Kamera und mit eurer Maus auch quasi darauf eingehen zu können. Center-Camera und Champion ist natürlich Space, glaube ich Standard-Binding. Sehr, sehr nice, sehr, sehr angenehm. Ihr könnt natürlich da diesen Pfeil noch drauf binden, dazu kommen wir später, dass er quasi so angezeigt wird. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr angenehm, kann ich empfehlen. Ich persönlich habe Select Self halt nicht nochmal gewählt bei den F-Keys, sondern halt Base reicht mir aus, um die Kamera auf mich zu fokussieren. Wenn ihr daran gewöhnt seid, euch mit F drauf zu fokussieren, ist auch in Ordnung. Bloß die meisten Tastaturen haben es so, dass die jeweiligen F-Keys F1 bis F4 und F5 bis F8 gegroupt sind in so einer Vierer-Gruppe. Und ich mag es halt extrem, wenn alle meine vier Teammates in dieser einen Vierer-Gruppe sind und ich quasi meinen Jugner mit F1 sehen kann, meinen Mittler mit F2, AD Carry und so weiter und so fort. Von daher mag ich das gegroupt, ist euch überlassen. Ihr solltet die F-Keys auf jeden Fall benutzen, kann extrem helfen, gerade wenn ihr Campions spielt, die auf die Map aufpassen wollen, also angenommen ihr jungelt, ihr farmt eure Camps und wollt nebenbei zugucken, wie es Midland läuft, ob ihr demnächst vielleicht ganken könnt, angenommen ihr seid ein Chen Main oder ein Gangplank Main oder was auch immer, dann guckt ihr vielleicht mit den F-Keys auf Botlane, ob ihr ulten müsst. Und gleiches gilt auch für die Botländer, wenn sie Asriel, Jinx, Draven, Senna und wie die globalen AD Carrys alle heißen, Spielen, Jinx, Ash, sowas. Kann sinnvoll sein, für jede Rolle wichtig und wenn man sich das angewöhnt, ist das eine sehr gute Routine, die sich da einbauen kann. Kamera Lock habe ich auf Z gebeindet, ich glaube der Default ist Y. Ich glaube es lag daran, dass ich einen Großbritannien angefangen habe zu spielen und da ist Y und Z vertauscht bei der Tastatur und ich spiele Kamera Lock nie, aber wenn euch das gefällt, wichtig ist, ich weiß, einige Leute spielen das sehr gerne auf Selbstchampions wie Irelia in Teamfights, AD Carry spielen das auch sehr gerne in Teamfights, um halt nicht die Kamera noch bewegen zu müssen und dann quasi ihr Mouth-Movement zu optimieren. Ich persönlich, wenn ich das mache, drücke ich einfach Space und muss dann halt gedrückt halten, aber macht jetzt keinen Unterschied für mich und da das Ganze euch überlassen, ob ihr damit dem Lock spielen wollt, ob ihr es quasi toggeln möchtet oder ob ihr es gedrückt halten wollt, sei da ganz frei zu bestimmen, aber auch das ist natürlich nicht unwichtig. Diesellte sind alle komplett egal, also ich weiß nicht mal, was Scroll-Up ist im Chat oder wie. Habe ich noch nie in meinem Leben benutzt, also keine Ahnung. Von daher würde ich einfach sagen, ist useless, einfach weil ich jetzt hier plakativ eine Aussage treffen möchte. Display, Show-Half-Bars, natürlich sehr, sehr wichtig, ihr solltet einfach permanent anhaben, dazu kommen wir noch bei Interface, die Summoner Names an und auszumachen, wenn ihr da irgendwie irgendeinen Sinn drin seht. Also ich bin immer der Meinung, deswegen habe ich Summoner Names auch aus, alles was nutzende Information ist, brauche ich nicht, von daher mach es aus, wenn da irgendjemand XXX Dark Slayer 69 420 XXX heißt, will ich das nicht wissen. Ihr könnt natürlich unter Interface dafür sorgen, dass einfach der Champion Name angezeigt wird, das geht da seit kurzem, das quasi hängt damit zusammen. Wenn ihr das toggeln wollt, dafür ein Keyboard habt, haben wollt, dann tut das, also ich sehe dann, ne, keinen großen Sinn und daher habe ich das noch nicht. Toggle der Free Cap Showcase, der Free Cap ist nur dafür da, euch zu disrespekten von Riot Games, sehr, sehr böse, geht quasi, ey, dein Gegner hat dich gekillt und der hat die und die Reihe an Eternals und an Emotes oder was auch immer da steht, deswegen braucht man nicht, würde ich an eurer Stelle einfach austoggeln, ich will nicht wissen, was er wie oft, wie viele Türme gekillt hat oder so, ich kann auch, warum das da ist, wenn man stirbt und der Gegner quasi gelobpreist wird, das kann sogar tilten bei einigen Leuten, von daher macht's aus. Control F, ähm, ja, ist einfach, theoretisch ist das nicht so, äh, der rote Faden verfolgt bei meinen Aussagen, weil wir haben bis jetzt alle nutzlosen Informationen ausgemacht, wie halt diese Namen oder auch der Death Recap, aber irgendwie mag es, wenn meine FPS von einem Ping angezeigt wird, und ich könnte es auch rausmachen, ihr braucht es theoretisch nicht, aber das ist jetzt wirklich nicht so, präsent wie Summoner-Namen oder halt auch, der große Death Recap. Kommunikation, ähm, da gibt es natürlich eine Menge Neuerung, dieses Season, heißt, da müsst ihr auch wirklich gucken, wie ihr das Ganze anwenden könnt, ich weiß, die, die Ping-Sachen sind hauptsächlich eigentlich Memes, ähm, wie gesagt, ich habe schon vorweg gegriffen mit diesem Old Ping, das ist ganz wichtig, falls ihr permanent stehen bleibt, während ihr Warded Ping, dann liegt das daran, müsst ihr aufpassen, dass es richtig gemeintet ist, ansonsten, wenn ihr individuelle Pings ping wollt, ohne das, ähm, das Wheel zu benutzen, absolut in Ordnung, aber es kann ja mittlerweile sehr verwirrend sein, wenn ihr da Hotkeys habt, dann eure Maus, eine Tastatur, absolut gut, wenn ihr da halt wirklich regelmäßig Missing Ping wollt und Kommunikation über Pings hochhaltet, sehr, sehr wichtig und sehr gut, weil wenn für euch das Rad funktioniert, dann lasst es beim Rad, es hat zwar ein paar mehr detaillierte Optionen mittlerweile, aber, was soll's, ne, ähm, ansonsten Expression, Joke, Torn, wenn ihr mit Leuten rummemen wollt, äh, Master Emote hab ich persönlich auch gemutet, aber wenn ihr die mentale Warfare fahren möchtet und jemanden auslachen möchtet, nachdem ihr gestorben ist oder euer Emote benutzt, dann kann das funktionieren, das ist ja auch wichtig in League of Legends, den Gegner zu tilten, das ist Teil des Games scheinbar und Riot Games möchte das auf verschiedene Art und Weise enablen, von daher, ja, Emotes benutze ich persönlich nicht, benutze es aber gerne, wenn ihr das möchtet, äh, Chat History natürlich sehr wichtig, hab ich auf X gebeindet, wenn ihr angenommen im Chat geschrieben habt, ey, äh, der Toplaner hat Minute 7 geflasht, das heißt 12.30, ist Flash wieder ready, dann schreibt ihr das rein in den Chat, kopiert das und dann wollt ihr das vielleicht ein paar Minuten später sehen, dann pingt euer Team irgendwas in der ganzen Zeit oder aber irgendwas anderes war im Chat und ihr wisst es nicht mehr, dann ist es einfach hochgescrollt, dann drückt ihr einfach X und könnt dann auch hochscrollen im Chat und seht dann genau, wann der Flash-Timer war oder ihr copypastet ihn nochmal rein, also was kann sehr angenehm sein und auch wichtig sein, je nachdem, ob ihr solcher Timer macht oder ob ihr auf sowas achten möchtet, aber auch wenn ihr sowas nachgucken möchtet, wer den Shutdown bekommen hat oder was auch immer mit dem ihr spielen müsst, also was nicht schlecht. Äh, Menüs, das ist natürlich auch wieder einfach euch überlassen, sehr viele Standard-Settings, das ist T-Menü mit Escape, das Scoreboard benutzt eigentlich fast jeder mit Tab und hält es einfach, aber mit O geht es natürlich dann ja bereits Toggle, ähm, ja, auch die Advanced-Stats, ich weiß, viele Leute haben C gerebindet, weil sie ganz gerne C berühren mit dem Zeigefinger und dann irgendwas anderes drauf gebeindet haben, wenn euch das lieber ist, dann bitte bindet da was anderes drauf, absolut in Ordnung, was immer da funktioniert für euch persönlich, passt am besten. Item-Shop in P mag ich sehr, ist einfach das Standard-Setting, ich glaube, die meisten Leute klicken eher einfach auf den Shop, wenn sie da sind, aber wenn ihr recallt und ihr wollt noch zugucken, wie ihr recallt und nicht gekillt werden, ist natürlich deutlich besser mit P Items zu mal zu sehen, die ihr braucht und dann trotzdem mit der Kamera halbwegs vor eurem Champion zu sein, damit ihr eben nicht von irgendwas sterbt, bevor ihr in der Base halt und hier draufklicken könnt. Ist ja auch nicht wirklich ein wichtiger Change, aber trotzdem vielleicht nicht in einer schlechtesten die Verung zu führen. Ich empfehle nicht mit Advanced-Keybinding-Options, dass ihr den Auto-Tag auf den Left-Klick bindet. Ich weiß, das war für viele Jahre Meta von vielen Eddy-Carries. Ich glaube, vor allem Doublelift hat das Ganze prominent gemacht. Ich rate vehement dagegen, haben auch mittlerweile fast alle Eddy-Carries wieder anbindet. Ihr könnt das Ganze halt machen mit anderen Binds. Bei mir ist es wie gesagt die neuen. Ihr müsst nicht mit dem Rechtsklick das machen. Es ist schwer zu erlernen und auch schwer, sich wieder abzugewöhnen und ihr könnt einfach beide Bindings benutzen und natürlich, wenn ihr jetzt schon seit Jahren das gemacht habt, weil ihr eben damals der Schule des Doublelift gefolgt seid, dann bindet einfach euren normalen Move auf 9 zum Beispiel oder was auch immer auf eure Maustaste und peng. Da habt ihr beide Optionen und könnt das optimale Kiting quasi vornehmen, aber ich würde ansonsten davon abraten und einfach nicht mehr richtig Zeit und Form. Ansonsten die Options, was die Video-Settings angeht, auch natürlich sehr, sehr wichtig. Je nachdem, worauf ihr spielt, da muss ich jetzt nicht drauf eingehen. Ich spiele auch Borderless, weil ich viel streame natürlich, dass ich viel raus-tabben können und trotzdem noch das Spiel sehen. Fullscreen, kein Problem. Das Wichtige hierbei ist aus meiner Sicht Colorblind Mode Hide Eye Candy. Sehr wichtige Sachen, die einfach nutzlos sind. Ich finde Hide Eye Candy wirklich sehr angenehm. Es gibt sehr viele Effekte in League of Legends, wo ihr einfach nicht sehen müsst, dass irgendwas schön glitzert. Das kann sehr ablenkend sein. Ich glaube, einer der coolsten Effekte, der leider dadurch verloren geht, ist Swain. Wenn Swain irgendwo hinläuft, kann man an den Wänden so raben. Das habe ich, glaube ich, ein einziges Mal in meinem Leben gesehen, weil halt unter Hide Eye Candy diese Option weg ist und das ist auch wichtig, dass sie weg ist, alles, was nur zur Info ist, einfach nutzlos für euer Gehirn. Ganz offensichtlich nutzlos und von daher, ja, würde ich davon abraten, das auszuwählen. Ich würde immer Eye Candy ausmachen. Immer. Relative Team Colors ist, glaube ich, einfach sehr angenehm. Es ist hauptsächlich für Minions da, wenn ich mich richtig entsinne. Wenn es Minions spawnen, sind meine Minions, egal auf welcher Seite, immer blau und wenn ich jetzt auf der Red Side wäre und ich dieses ausmachen würde, wären die Minions von mir rot auf der Red Side statt blau. Das heißt, wenn ich jetzt Red Side wäre, dann wären meine Minions unter den aktuellen Einstellungen trotzdem rot und das ist einfach ablenkend. Gegner sind rot und das war's. Von der Relative Team Colors ist es auf jeden Fall aus meiner Sicht auszuwählen. Muss nicht irgendwie nochmal eine Ablenkung dadurch entstehen, dass die Minions ihre Farbe wechseln. Also, yay. Ein Level Screen Check, ich hasse das. Ich weiß, einige Leute mögen es halt, wenn ihr Screen wackelt und irgendwelche seltsamen Blitze und Animationen kommen und sowas. Kann nützlich sein, dazu kommen wir später noch, wenn euer Recall abgebrochen wird, sowas wäre ganz nice, aber ich hasse das. Ich hasse es, wenn der Dre kommt und auf einmal wackelt meine Karte, weil die Mountain Rift spawnt und der ganze Screen vibriert und ich seh nichts mehr und ich kann schlecht Hall-In, weil meine Maus anders ist, als angezeigt wird. Das ist einfach sehr anstrengend. Aber natürlich, wenn ihr nicht für den Web-Web-Web spielt, sondern für coole Animationen, dann lasst Hide Eye Candy an und lasst auch das hier an, denn es ist ja cool, wenn Mountain Rift spawnt, aber wenn ihr deswegen missklickt, wird man sauer. Von daher, ja, würde ich ausmachen. Das kommt halt euch überlassen, mit welchen Settings ihr spielen möchtet. Die Philosophie, die früher gefahren wurde, von eigentlich allen war, dass man alles auf Very Low spielen sollte, weil einfach dadurch der Lux Laser weniger schön glitzert oder was auch immer und ihr quasi nur das sehen müsst, was ihr sehen wollt und nicht unbedingt die richtige Animation der Gräser und was auch immer, dass es so hübsch aussieht, sondern einfach sehr simpel und dadurch sehr simpel darauf zu fokussieren, was ihr auch wirklich braucht. Gerade bei Shadows ist das nach wie vor wichtig. Shadow Quality würde ich immer auf ausstellen. Also ich bin großer Fan davon, ich weiß, es macht nicht jeder so, aber ich persönlich finde es super lästig, wenn ein Skillshot geflogen kommt und der hat ja eine begrenzte Hitbox und angenommen, ist ein Niederlisperr und ich sehe ihn so aus peripherer Sicht und er wirkt dicker, weil er hat einen Schatten da, ist noch eine andere Animation da drunter. Dann ist es für mich, je nach Skin und bla bla bla, dann ist eine andere Form da, einfach ein größerer Skillshot, obwohl es eine kleinere Hitbox ist und es ist einfach wieder nutzlose Informationen, die teilweise halt wirklich dazu führen kann, dass ihr vielleicht vielleicht flasht oder überhaupt flasht, wenn ihr gar nicht müsstet. All das ist unangenehm und aus dem Grund magisch Schatten nicht. Aber ja, wenn ihr alles auf Very High spielen möchtet, auch komplett in Ordnung und Schatten dann trotzdem ausmachen, wäre auch fein. Und ja, hier müsst ihr natürlich selbst gucken, was euch gefällt, wie gut euer PC ist. Mein PC ist ziemlich schlecht, ich muss echt mal upgraden nach all den Jahren. Aber ja, der Rest ist glaube ich bei jedem anderen Videospiel noch relativ bekannt und ich habe vergessen, über Colorblind Mode zu reden. Ich mag Colorblind Mode sehr. Ich finde es sehr angenehm, dass was ihr am meisten merken werdet, ist, dass euer Helfbar gelb wird und eure Teammates helfbar, äh, äh, sorry, dass euer eigener Helfbar grün ist und gelb wird, wenn ihr Colorblind Mode anmacht. Ich finde es unglaublich angenehm. Ne, wir haben viele Momente in League, wo unser HP Bar so über einem grünen Objekt ist. Ich mag gelb da sehr viel mehr als Signalfarbe und auch andere Momente, wo irgendwelche Skillshots oder je nach Skin und allem möglichen, halt nicht dieses permanente Grün auf Blau oder Grün auf Grün ist, äh, ist einfach Colorblind Mode wirklich sehr angenehm. Es ändert echt nicht viel mehr, aber allein, dass der Helfbar gelb ist, ist einfach, ja fast schon Standard Setting für viele geworden, weil es einfach angenehmer ist zu spielen. Und das sind so die wichtigsten Settings aus meiner Sicht, äh, bei Video. Sound ist komplett euch überlassen. Äh, Ich persönlich hab keine Musik an. Ich hab eigene Musik an, meistens im Stream. Ähm, Ambience Volume ist natürlich auch, wenn ihr euch halt einführen wollt in League of Legends Welt, könnt ihr gerne anhaben. Ansonsten ist es nicht wichtig. Sound Volume ist sehr wichtig. Ihr wollt hören, wenn jemand flasht, wenn jemand irgendeinen Spell benutzt. Voice Volume machen einige aus. Ich würde es empfehlen, anzulassen. League of Legends ist immer noch sehr verbuggt. Ihr hört in vielen Momenten, wenn jemand irgendeinen Spellcast hat, auch seine Voiceline. Und das könnt ihr dann verbinden mit dem Champion selbst. Das geht auch in Fuck of War. Ihr hört oftmals, ähm, irgendeine Voiceline von Shaco, wenn er Q castet, wo irgendwie lacht einfach, Grager Stand Barrel wirft. Hört ihr selbst, wenn ihr den Champion nicht seht. Von daher mag ich Voice Volume extrem, aber ich bin, was das angeht, auch Nerd. Ich mag extrem die einzelnen Voicelines von zum Beispiel Aatrox. Und, äh, dementsprechend würde ich das immer anlassen. Gibt auch einen kleinen Vorteil, weil das Spiel halt verpackt als Fuck is League of Legends, aber, ja. Sound Volume genau das Gleiche. Natürlich so oder so wichtig, aber auch im Fuck of War kann man viele Spells hören. Ich glaube, das bekannteste Beispiel ist, wenn Kassopya Nash macht, hört man immer ihre Spells. Auch wenn, also seit Jahren hört man Kassopya Spells, wenn die Nash macht. Aber wenn man keine Vision hat, ist extrem seltsam, aber dementsprechend auch wichtig anzuhaben. Ping Volume natürlich, ähm, nice. Wenn ihr Pings hören könnt, darauf besser zu achten. Würde ich auch anlassen. Aber auch da ist wirklich euch überlassen. Die einzigen beiden aus meiner Sicht optionalen, ähm, Sachen sind Musik Volume und Ambiance Volume. Und natürlich, fairerweise soll ich noch vorher im Announce Volume. Ich habe keine Ahnung, warum ich das anhabe. Ist aber ganz cool. Braucht man natürlich auch nicht wirklich, äh, ob jetzt die Double Killt wurde, das muss man nicht unbedingt nochmal hören, aber, ja, ich habe es alles auch. Ich mag es halt, I don't know, könnt ihr ausmachen. So, Interface. Ich empfehle HOD auf ganz klein. Ähm, ich finde diese immer noch riesig auf ganz klein bei League of Legends. Also, ich finde die ist viel zu groß auf klein. Ganz wirklich, wie ich es verstehen würde, warum die so groß ist, wenn halt wirklich die Zahlen schwer zu lesen werden. Aber dass hier eine 20 steht, dann glaube ich jeder erkennen. Also, wenn ihr die HOD auf 100 macht, ihr seht halt gar nichts mehr, ne? Also, ist halt wirklich einfach riesig auch. Hier oben links, wenn ihr was draufgeklickt habt. Also, ich empfehle es auf 0. Können Sie meine Dinge auf ein Drittel machen, was auch immer. Euch da wirklich am besten passt. Ist euch überlassen natürlich, aber ich finde sie es riesig so oder so. Von daher, war es bei mir auf 0. Äh, Cursor Scale habe ich auf 50 gelassen. Das ist euch überlassen. Ich weiß, einige machen es kleiner, weil sie das Gefühl haben, dass sie da präziser klicken können. Das Gefühl habe ich nie gehabt. Und da habe ich es nicht kleiner gemacht. Aber wenn ihr irgendwie dann gewöhnt seid, bitte, bitte tut es. Drop Scale auch gerade euch überlassen. Ich kann mich nicht erinnern, das umgestellt zu haben. Also, was soll's. Ähm, Chat Scale. Ich empfehle es auch relativ klein. Chat ist wirklich nicht so wichtig. Gerade wenn Leute einfach nur Flamen. Ich habe ja einfach hier unten links und bin happy damit und sehe die Sachen, die ich sehen möchte. Und der große Teil des Flames geht manchmal mir vorbei, weil ich es aber nicht mitkriege. Aber auch da, also ich empfehle natürlich nicht, das groß zu machen. Da verliert ihr wieder eine große Ecke eures Screens einfach an Chat. Für die ist da recht transparent, aber trotzdem. Und Minimap. Ich habe Minimap auf einem Drittel. Einfach weil früher gab es das nicht in größer. Früher war ein Drittel 100%. Was mittlerweile halt nicht mehr der Fall ist. Mittlerweile kann man die Minimap größer machen. Äh, ich weiß aber nicht, ob das so nützlich ist. Ich glaube, die meisten Leute, die die Minimap größer machen würden, haben nicht wirklich Probleme mit, auf die Minimap zu gucken. Die haben eher Probleme mit, die Minimap zu verstehen. Also sie zu interpretieren, was es bedeutet. Also, ja. Aber wenn ihr jetzt den Eindruck habt, ihr guckt zu selten drauf und es liegt daran, dass sie zu klein ist, dann bitte macht sie größer. Wenn ihr seit Jahren League spielt, so wie ich, dann immer auf das gewöhnt gewesen seid und guckt oft genug drauf, dann lasst das so. Ähm, ja. Practice Tools geht natürlich komplett egal. Das ist nur ein Practice Tools relevant. Da müssen wir nicht drüber reden. True Health Bars, muss ich auch nicht drüber reden. Natürlich sehr, sehr wichtig. Ähm, ich hasse es, wenn mir angezeigt wird, dass ich sie sieht werde und währenddessen ist mein Screen rot. Ich hasse das. Ich hasse, wann immer mein Screen aufleuchtet, wenn er wackelt. Da haben wir vorhin schon drüber geredet. Ich hasse das, dass ich hier nochmal mit Screen Flasher und Damage und Screen Flasher und Loss of Control, wenn ich sie sieht werde, kriege ich das mit. Das muss mir nicht nochmal mit einem Blitz signalisiert werden. Ich mag das nicht. Gleiches gilt auch für Damage. Wenn ihr oft recallt und gecancelt werdet und einfach sterbt, weil ihr Shop-AfK seid und quasi aufgrund dessen nicht gesehen habt, dass jemand euch angreift, dann bitte, bitte, bitte wählt das aus. Wenn ihr jetzt recallt in Lane und ihr kriegt nicht mit, dass jemand euch angreift, weil ihr hier schon hingeklickt habt, im Shop seid, dann werdet ihr angeriffen und auf einmal leuchtet euer Screen rot. Das kann dann nützlich sein. Ich will aber dafür plädieren, den ersten Fehler zu beheben und nicht den zweiten. Die Wohlzeit ist übelst zu bekämpfen statt einfach nur ein Symptom. Aber soll ich überlassen. Ich hasse diese Settings. Ich habe sie immer aus. NLB Legacy Cursor, Präferenzsache. Mögen einige. Das ist einfach wie früher. Kann angenehm sein. Ich habe mich mittlerweile an den neuen gewöhnt. Ist auch in Ordnung. Always Show Extended Tooltips. Aus meiner Sicht sehr nützlich. Natürlich könnt ihr auch mit Shift-Click machen auf den Spells. Aber ihr wollt schon wissen, welcher Spell wie es geht, weil die Confessions bietet euch sonst teilweise so wenige Informationen. Wie gesagt, ihr könnt einfach Shift drücken und das Ganze angezeigt bekommen. Wenn ihr gerade einen neuen Champion lernt, ist das vielleicht zu viel Information für euch. Wenn ihr schon lange League spielt, dann versteht ihr auch, wie das Scaling hier angezeigt wird. Dann wollt ihr einfach mit einem simplen Hover statt Shift drücken zu müssen direkt erfahren, was die einzelnen Effekte und die einzelnen Punkte in den Spell machen. Würde ich einfach anmachen, wenn ihr schon länger League spielt. Target-Famount-Tack ist fine. Attack-Range ist fine. Natürlich, wenn ihr A-Click macht, wollt ihr die Reichweite sehen zum Beispiel. Die Spellkosten anzuzeigen ist auch angenehm aus meiner Sicht. Teilweise kann man kurz berechnen. Ich habe jetzt 32 Mana-Kosten hier, 100 hier. Wie viel brauche ich wirklich? Ist es unangenehmer, wenn man rüber hoffen muss, hovern muss. Auch da könnte man jetzt argumentieren, größere HOD würde da helfen. Wenn es für euch so ist, dann macht es bitte an. Ich habe dasselbe HOD Spellklick angemacht. Es gab früher oft Situationen irgendwie gefühlt, wo man aus Versehen missklickt auf die Minimap und dann woanders hinläuft oder aus Versehen auf die HOD klickt und dann dadurch irgendwas castet, was dann wirklich sehr angenehm ist. Jetzt müsst ihr quasi, wenn ihr es anhabt, dann würde einfach sofort der Spell passieren oder auch nicht. Dann habe ich keiner, was dieses Setting macht, weil ich kann trotzdem draufklicken. Super. Spell-Recommendation ist eigentlich komplett egal. Also wenn ihr damit struggelt, dann gibt es eine Menge bessere Hilfe als League of Legends Client selbst. So erfahren, welche Spells ihr hochleveln solltet, sowas wie ProBuilds, Blitz, Professor, U.GG, Loiviniwiniwiki, all sowas ist besser. Aber wenn ihr halt nicht so was Third-Party-mäßiges benutzen wollt oder halt nicht googeln möchtet, dann macht das an. Ist aber meistens schlechter und weniger zuverlässig als euer eigener Research und eure eigenen Nachforschungen, die ihr betrieben habt. Ihr Bild die Cooler und ich mag es sehr. Minuten und Sekunden ist einfach ein natürliches Format, mit dem man halt aufwächst. So Minuten und Sekunden ist angenehmer, als jetzt jedes Mal Sekunden umrechnen zu müssen. Könnt natürlich auch einfach in Sekunden machen, wenn ihr das möchtet. Auch nicht schlimm, weil ihr wisst trotzdem ungefähr, wie viel der Cooler ist und wann es runtergetickt ist. Minuten selbst finde ich natürlich nicht so gut. Das ist dann sehr ungenau. Von der Minuten und Sekunden ist einfach sehr natürlich. Würde ich drin lassen und auch benutzen auf die Art und Weise. Ist auch nicht überlassen, was ihr da besser findet. Aber ja, Minuten ist schon recht ungenau. Wirkt auch einfach weird. Minimap. Einige haben die Minimap links, die früher für Dota gespielt haben. Auf einigen der Modus war die Minimap ja damals links. Könnt ihr gerne machen. Komplett in Ordnung. Allow Minimap Movement. Ich habe es an, weil ich es seit Jahren irgendwie nicht mehr gemisstklickt habe. Früher habe ich permanent gemisstklickt. Aber angenommen, ihr lauft irgendwie und ihr seid in einem Fight und ihr wollt wegkarten und auf einmal klickt auf die Minimap und klickt auf Toplane und läuft einfach mal Richtung Toplane. Kann dann super unangenehm sein. Das heißt, wenn ihr aus Versehen daneben klickt, klickt, dann aus Versehen in den Gegner reinzulaufen beispielsweise, wäre halt einfach schlecht. Und wenn euch das oft passiert, dann macht es aus. Ansonsten ist es so ein bisschen ja, Luxus, weil du brauchst das Minimap Movement ja nicht wirklich. Wenn du aus der Base kommst nach dem Recoil, kannst du einfach hier klicken, dann hier klicken und hier klicken und hier klicken und es stört nicht wirklich, wenn ihr nicht oft daneben klickt. Scoreboard, natürlich komplett euch überlassen, ob ihr Summernames angezeigt haben möchtet und wie das Layout aussehen soll, komplett egal, was immer euch da passt, passt. Chat, ich würde empfehlen mit... Ich habe den Allchat an und ich habe den Allchat an und ich wollte gerade sagen, ich würde empfehlen, ihn auszumachen. Ich glaube, in Season 13 mit den neuen Pings ist es wirklich nicht mehr notwendig, das anzuhaben. Es steht so selten, was nützlich ist im Chat. Das einzige Problem, das ich habe und deswegen würde ich im Chat ganz gerne anlassen. Allchat ist eigentlich sehr selten toxic und Allchat ist immer viel mehr toxic als der Teammate-Chat, als der Allchat. Problem ist bewusst, wenn ihr Allchat hier ausmacht, Allchat könnt ihr nicht mal eure Summernamespales teilen. Anglomerant gegen den Topline und ihr wollt sein TP-Time und der ist dann wieder 17 irgendwas ready, dann wollt ihr 1750 TP schreiben und ihr könnt es nicht mehr in den Chat posten. Das heißt, ihr seht jetzt nicht mehr, was es ist, ihr könnt es nur kopieren und dann mit Steuern einfügen. Das mag ich nicht so sehr, da würde ich vielleicht sogar eher empfehlen, den Allchat anzulassen, Mute All zu schreiben am Anfang des Games direkt und dann die Summernames immer noch timen zu können, wenn ihr das dann häufig macht. Ansonsten ist Chat wirklich nicht wichtig und wenn ihr da draußen Probleme habt mit Toxicity, ihr seid vielleicht selbst jemand, der toxic ist oder ihr seid jemand, der empfänglich ist für Toxicity, ihr werdet beleidigt und beleidigt zurück und seid sauer und seid frustrierter, fokussiert euch weniger aufs Spiel, dann macht das bitte aus, es ist wirklich useless. Also sehr selten in League of Legends passiert irgendwie, ja, was cooles interaktionsmäßig ist im Allchat oder im Teammate-Chat und, ähm, ja, dann lasst das aus. Wie gesagt, ne, ich versuche hier gerade eine Zielgruppe anzusprechen, die wahrscheinlich in League of Legends kompetitiv sein möchte, wenn ihr einfach keinen Fick auf Kompetitivität gebt und einfach nur Spaß haben wollt am Game, mit Leuten rummemen wollt, Normal Games spielt, Aram, komplett in Ordnung, auch sehr schön, Leute, die daran Spaß haben, finde ich wunderbar, man kann Spaß am Game haben, Spaß am Wettbewerb, woran auch immer, dann lasst es an, dann ist es euch ja wirklich egal, wenn ihr euch jemanden tiltet, wenn ihr eh für Spaß spielt, ist ja was ganz anderes. Ähm, aus ähnlichen Gründen habe ich Mute-Enemy-Motes aus, ich muss einfach nicht sehen, dass er eine Biene hat oder eine Katze, wenn er mich gekillt hat, finde ich super. Ich finde es auch sehr nervig, wenn diese Bubbles hochpoppen, ist einfach wieder nutzlose Information auf meinem Screen, muss nicht sein, von daher habe ich es aus von Teammates und auch von Gegnern, ich brauche das einfach nicht. Ich finde es einfach sehr lästig. Ähm, dass die, ähm, die Anzeige, dass ihr Gold bekommen habt, komplett nutzlos ist, weil ihr halt das Gold eh bekommen habt, ihr müsst nicht nur sehen, dass ihr Gold bekommen habt. Ich finde es persönlich sehr befriedigend, es gibt mir eine Dopamin-Rush, macht mich glücklich, wenn ich einen Cam in den Last hatte, von daher lasse ich es an, aber ja, ihr könnt ja theoretisch rausfiltern, was wirklich nutzlos ist und, ähm, ja, euch da wirklich selbst bei bewegen. Game, ähm, ich habe Mouse-Speed auf 65 hochgemacht, mir ist das In-Game zu langsam gewesen damals und ich hatte noch keine Mouse-Software, wo ich das individuell umstellen konnte über DPI. Ich hatte damals so eine alte Microsoft-Maus. Auf 50 ist es eigentlich besser, ich sollte mich vielleicht mal umgewöhnen und meine DPI einfach höher stellen. Ich spiele aktuell auf 2600 DPI und auf 65, ähm, ja, In-Game-Speed seit Jahren schon und ich mag das auch sehr, ich finde es auch sehr angenehm. Ja, Camera-Movement-Speed habe ich auch so gelassen. Auf 50 finde ich sehr, sehr angenehm. Ich habe euch zu überlassen, was ihr da am besten findet. Und der Movement-Speed des Keyboards, ich weiß nicht, warum ich den langsam gemacht habe, aber ich benutze den auch einfach nie. Wenn ihr den viel benutzt, dann macht den darauf, wo ihr ihn gut findet und dann passt das. Move, Camera, Revive, extrem wichtig. Also ich, ich hasse dieses Setting. Ich weiß nicht, worauf das schon passiert ist. Es ist Late-Game, ich spiele Cannon und hier ist ein Gegner am Busch und ich bin gestorben und ich respawne und ich will natürlich, soweit ich respawn bin und der Base bin, sofort rauf-TPen und den Worte anklicken und auf einmal geht meine Kamera an die Basis. Ich hasse das. Und, äh, dementsprechend habe ich Move, Camera, Revive ausgemacht. Ähm, natürlich nicht so wichtig, wenn ihr nicht so viele TP spielt. Trotzdem angenommen, ihr guckt einem Teamfight zu, während ihr respawnt und ihr seid Sanna-Support und wollt sofort ulten und ihr müsst eure Maus neu positionieren. Ihr seht vielleicht nicht, dass jemand gerade geflasht hat, weil eure Kamera weg ist. Ist einfach nutzlos. Also ich würde es auf jeden Fall ausmachen. Ich weiß nicht, wofür es gut sein soll. Äh, ich würde es ausmachen. Ich hasse es auch, dass man es nicht ausschalten kann, dass der Recall ausgeht, äh, dass der Recall eure Kamera movt, weil wenn ihr recoilt, werdet ihr immer mit der Kamera an die Basis kommen und ich mag das auch nicht auf das gleiche im Grunde. Quasi ja das gleiche im Grün, bloß dass ihr halt nicht respawnt, sondern recoilt. Und yay. Und da würde ich es auch ausmachen, wenn diese Option existieren würde. Äh, Per-Side-Offset natürlich auch sehr interessant. Ähm, aktuell ist es quasi so, wie ich es dann habe, Per-Side-Offset, wenn ihr von Blue-Side aus spielt, spielt ihr ja nach oben und von Red-Side spielt ihr nach unten. In anderen Worten, von Blue-Side aus ist euer Champion leicht links. Wenn ihr Red-Side seid, dann ist es leicht von rechts. Wenn ihr fixed Off-Side macht, dann ist einfach immer in der Mitte eure zentrierte Kamera. Was euch da lieber, ist er euch überlassen. Ich würde Per-Side-Offset empfehlen. Ähm, Red-Side hat ja ohnehin schon einen leichten Nachteil, weil Red-Side ja theoretisch weniger sieht als Blue-Side. Weil wenn ihr von oben nach unten spielt und die HOD ist im Weg, dann seht ihr ja immer weniger. Und die HOD, die Minimap etc. ist ja alles unten. Heißt, ähm, wenn eure Gegner von unten kommt, dann seht ihr weniger auf Red-Side als auf Blue-Side. Rein theoretisch müsst ihr die Kamera anders bewegen und das kann helfen bei der Kamerabewegung. Tut da, was euch gefällt. Ähm, Ich hasse Auto-Tacker-Setting. Ich weiß, einige Leute mögen es aufgrund einer einzelnen Interaktion. Und zwar, wenn ein Bush gewordert ist und, ähm, die Minimave kommt und ihr seid ein Range-Champion oder auch ein Medi-Champion, dann greift euer Champion automatisch die Minimave an, ohne dass ihr irgendwas machen musstet. Also, ihr siegt quasi dadurch, dass der Bush gewordert ist. Angenommen, hier ist meine Minimave, die hittet gerade die gegnerische Minimave. Ähm, dann würde mein Champion automatisch angreifen, wenn der Bush hier gewordert ist vom Gegner-Team. Und das kann natürlich sehr nice sein für Info. Aber der große Nachteil dieses Settings ist, ihr macht sehr viele nutzlose Auto-Takes und das Allerschlimmste, was passieren kann, gerade als Top-Liner habe ich das schon öfter gefühlt, wenn ihr gegen die Champions spielt wie Maokai oder was auch immer und ihr hittet den Turm, um Demolish auszulösen. Und Maokai weht euch, greift automatisch euer Champion, sobald Maokai quasi wieder anwehbar ist, weil er ist ja kurz nicht einklickbar, wenn er geweht hat, greift automatisch euer Champion sofort in den Maokai an und in den Turm-Agro. Und solche Situationen können in verschiedenen Momenten entstehen, mit verschiedensten Champions, mit Fizz, Vladimir, was auch immer, mit Sonya und anderen Effekten ebenfalls. Von daher würde ich dagegen wehtonen, aber wenn diese Interaktion für euch so wichtig ist, dann nehmt ihr auf jeden Fall mit. Das kann auf jeden Fall sehr, sehr nice sein. Wenn ihr ein Support-Main seid, behandelt ihr das vielleicht anders als ein Top-Line-Main. Also auch das wäre nachvollziehbar. U.S. Movement Prediction, ich hatte das für Jahre an, ich fand es für Jahre fantastisch. Es ist theoretisch dafür da, wenn man Hyping hat, das auszugleichen. Also ihr seht einfach im Unterschied, quasi Gangplank macht jetzt so einen kleinen Wiggle-Move, League of Legends hat da keinen Turn-Speed, wie zum Beispiel Dota. Das heißt, ihr könnt euch einfach sofort umdrehen und müsst nichts machen. Bei Movement Prediction sieht es aber ein bisschen mehr so aus. Das ist aber auch wirklich alles. Der einzige Grund, warum ich das jemals anhatte, war, weil Faker es anhatte. Faker hat es für Jahre angehabt und mittlerweile hat er es auch ausgestellt. Von daher, ich hatte noch nie einen Grund dafür, das anzuhaben. Es war nur Faker. Genau. Und damit haben wir jetzt die anderen beiden wichtigen Settings bereits vorgegriffen. Attack-Move und Cursor und Target-Champions-Only haben wir beide schon geklärt. Target-Range-Indikator und Display-Recommended Jungle Path könnt ihr beide so durch ausmachen. Coop ist egal. Recommended Jungle Path ist vielleicht für Einsteiger-Jungler wichtig. Ansonsten sollte man sich definitiv auf die eigene Recherche verlassen. Und damit haben wir eigentlich alle wichtigen Settings. Einen wichtigen kleinen Bonuspunkt, den ich noch geben möchte, der ist einfach immer wichtig. In League of Legends gibt es Higher-Lower-Ground. Darauf solltet ihr achten. Wenn ihr hier zum Beispiel im River seid und nach oben ein Barrel richtet, dann habt ihr damit eine andere Reichweite, als wenn es von oben nach unten wäre. Was oftmals der Fall ist, dass es sehr verwirrend ist. Die Barrels sind ja eigentlich theoretisch vom Indikator her. Okay, ich gehe jetzt leider nicht hin. Lass mich nicht der Vorfeld-Effekt. Mache zu gute Barrels. So, ja. Das ist jetzt nicht das, was ich wollte. Der Punkt ist quasi, wenn, komm, wenn das hier passiert, das hier passiert. Wir machen es woanders. Wir machen es nochmal. Wir machen es nochmal. Was, ist nicht zu fassen? Bin ich so schlecht darin, diese Interaktion zu zeigen, oder? Ich habe, das ist ja verrückt. Wenn ihr bis jetzt zum Video drangeblieben seid, dann guckt ihr euch das wahrscheinlich auch noch an und ihr seid schon eingeschlafen. Oh, Mann. Ja, der Punkt ist quasi, Higher-Lower-Ground ist sehr lästlich in League, gerade bei Skillshots. Bei Gangplank Beryl ist es eigentlich sehr leicht, vorzuführen, aber ich kriege es ja einfach legit nicht hin, weil ich weiß nicht, wie ich es nicht hinkriege. Es ist ja unglaublich. Es ist, als ob es gefixt wäre, aber es ist nicht gefixt. Ich kann es nicht fassen. Ich muss fast meinen Cutter sagen, er soll es rauscutten. Verrückt. Oh, da ist auch egal. Ihr seid ja eh dran geblieben bis jetzt. Gute Nacht und so. Aber wie kriege ich das nicht hin? Ich habe es schon so oft im Stream gezeigt. Es zeigt es ja, wenn ich für YouTube hier eine Produktion einzeln aufnehme, dann kann ich es einfach nicht. Eben, die Hink ist ja verrückt. Endlich. Aber es ist deutlich schlechter gezeigt, als ich wollte. Der Punkt ist quasi, ihr seht, eigentlich sind die Barrels verbunden vom Indikator her, aber durch den unteren und höheren Ground ist es quasi so, dass obwohl das Barrel verbunden zu sein scheint, es nicht verbunden ist. Wenn ich das jetzt auslöse, dann klappt das nicht. Barrel wird nicht geprockt, eben weil ich quasi von unten nach oben caste und durch die Reichweite eine andere ist. Es ist super seltsam, dass es so funktioniert, aber so funktioniert es wirklich immer in diesen Situationen. Von daher müsst ihr da wirklich aufpassen, wie das Ganze funktioniert und es ist bei Gangknackbarrels eigentlich schön zu zeigen aufgrund dieses Indikators hier, aber es ist eigentlich fast relevanter bei Skillshots, weil, keine Ahnung, wenn ihr so einen Jinwe von oben nach unten castet, hat es einfach eine andere Hitbox, als es angezeigt wird. Heißt, wenn ihr von unten nach oben castet, vor allem heißt das Jinwe weiter unten. Super verwirrend. Super verwirrend und super wichtig zu wissen. Das ist nicht unbedingt direkt mit Settings verbunden, aber ich wollte diesen kleinen Bonus geben und ich habe es einfach nur einmal gesehen. Es ist ja verrückt. Es ist aber auch irgendwie härter als sonst. Naja, das war es. Vielen Dank fürs Zuschauen bei dem Video. Wenn ihr noch Fragen habt zu irgendwelchen Sellings, wenn ich mir was schlecht erklärt habe oder irgendwas outdated war aus eurer Sicht, dann können wir da gerne drüber reden. Schreibt dann in die Kommentare am besten rein. Ich werde sie auf jeden Fall da durchlesen. Lasst gerne ein Like da und einen Sub, wenn es euch gefallen hat und euch was gebracht hat. Tut mir leid, dass es jetzt so lang geworden ist. Ich wollte es ausführlich machen, aber die letzten vier Minuten konnte man sich, glaube ich, ja, wirklich schenken. Ihr könnt aber, ich glaube, ich verlinke noch mal ein Video zu diesem Higher-Lower-Ground-Thema, das ist vielleicht besser erklärt, als ich es gerade geschafft habe. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, viel Spaß beim nächsten Video. Tschüss.